ja herr willkommen mein name ist an ihre lp und ich will größer ich zurück zu let's play kingdom a2 final mix jetzt vorgaben wir agra war betreten und jetzt sind bei agra war in der wunderhöhle und ich dachte ich kann jede einzelne statue ansprechen es wäre doch leicht übertrieben wir sollen einen schatz auftreiben für den trailer mit der fast lampe abkaufen können und die h machen wir das nicht schon beim art aufgehangen wegen dem blöden affen weil er wieder so gierig war und ja guck mal war ich soll eigentlich gar nicht mehr aufnehmen weil mit schon voller hals ich habe schon vier part aufgenommen heute so eine halbe stunde immer und ich merke schon langsam wie mein hals hier wehtut erfüllt eine aufgabe innerhalb des festgesetzten zeit aktivieren aktivieren ja da muss ich auf jeden fall aufhören trinkt war hier im regelmäßen abstimmen was aber auch da wir sind perfekt zum aufgabe ja schnell irgendwann kommt ja auch so genau ich bin mir die nicht weg verdammt danach kommt ja so hallo nach denke ich leider nicht da und hab sagt das kann sich einfach sagen halt ich weggehen nage ja ja wir haben eine minute es ist der letzte kann im gesamten spiel ok ich schaffte nicht so knapp man die bampe hält mich hier auf aber war sogar knapp ja 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 wird bitte nicht doch mal sowas gerade bricht 2 ich weiß gleich kommt noch ein sponsern mit sehr viel kleiner gegner dann habe ich mal wieder nach oben hier kommt eine karte wundermöde ich meine entscheidung am anfang die karten gegeben oder am ende weil ich habe freund ist aber brauche ich einen moment nicht wenn ich brauche einen moment nicht jetzt wo ich da sowieso nicht auflösen kann na weiter so ist man verschlossen ich habe mal die entziffern zwinger ist fest in der trost stärke das sagst du doch nur so ich bin natürlich mit dem lönschild sprechen Wow. Oh, ja, ja, ja. Wir haben jetzt eher runtergeschafft als der. Nein, Donald. Hey, snap out of the tunnel. Einer, wie der Typ einfach nur pfeifen oder schnitten kann und irgendwie… was jetzt so ein krasses zeug da ist auch voll über port wir sind alle herzlosen ja kein dicken war für den jahr 50 kommt 50 stück war sprint habe ich jetzt ich hoffe die gehen alle auf meinen körper die bis jetzt verreckt sind nein so viele von ihnen sind hier gewesen kein davon gibt es auch nicht dafür kann ich jetzt mein gott die tun sich zu schnell umdrehen man ist ich frage danke aber es reicht hier schlitz was zum recht viele dinger bekommen und schlitz macht um hp ja geil wird jetzt springt gelernt aber so ein beweglichkeitskiller was ist ganz schön was ist eigentlich das ist was ist was ist ich werde mich riechen was 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 passiert na ja weisen vor allem springen aber zwei und wir haben einst gelernt ich kann den dinge ausrissen ein mehr so sprit ist gut ne da kommt noch nicht jetzt kommt das kommt da wird mir sowieso nichts bringen dagegen kämpft nicht genau nicht hallo aber wir haben ein paar kleinere gegner alter wenn wir ein paar ganz kleinere gegner sich auch kaputt kriegen kann wie die hier zum beispiel ich habe immer abwenden der vorn letzten problem wenn man jetzt sehen wir nein es funktioniert nicht nein nein so ein dreck wenn wir auf den armen nehmen ich wollte ja doch abjusen da kommt schon ein level ab noch da hat er mich jetzt kommen wir kleine gegner mein gott sich die fiecher ja nervig diese fett wenn sie sind voll nervig neben spiel habe ich das gefühl schlitz einer noch ha magi kraft war reiner mein gott name I 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 gemacht und gucken wir auch wie blöd man einfach ich habe Das war's. Warte, sag mir, bin ich ein Pest? Ein großer Pest? Oh, wer will das? Ich bin so glücklich, dass du dich kennst! Genie! Hier ich komme. Ich werde dir, dass ich mich nicht ausfüllen. Warte für Plan B. Ich werde dir jetzt mit deinen Mugs beitragen. sagt er macht immer irgendetwas da kommt direkt welche sogar zwei wie macht er das ist heute über natürlich feuer und eis ich mag dem frau ist ja schlitz da haben wir schon den direkten nachteil was passiert wenn zwei gegner sind man macht einfach weg mehr wir sagen jetzt genau als gegner wie sagt mir jetzt genau als einzelne gegner wenn sogar wenn die als einzelne gegner anfang und gar kein problem vielleicht schon komm her gleich 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 ah ah einfach aufgreifen und schlecht live und wer gesagt kann vor mund hab ich gesagt jetzt mal die mann anstecken oder in der luft ja ja brenner letzter sprung normalerweise gar nicht aber ja wir haben die erledigt und das ist das erzählt und halt schwer sind aus irgendwo und jetzt vollkommen weg ich weiß nicht wieso passiert da wenn man spaß hat jetzt mal erzählen ausgerechnet wenn wir eine welt erlegt in zwei parts wie er ist hier so schnell geht wo es anstatt da war noch so ein ding zu packen und noch ein ding und noch ein ding ich verspreche es werde es nicht bereuen mir noch eine chance gegeben zu haben ganz bestimmt das wie sicher dass du diesen vogel und mit um euch herum haben willst also ich denke ja und uns gezeigt dass er es ernst meint na gut wahrscheinlich hast recht was soll so ein vorlauter vogel schon anrichten können also das war dann könntest du mal recht haben junge steht bei euch jetzt an es war es war toll euch alle wieder zu sehen aber wir müssen immer noch riko und den könig finden wenn wir weiterziehen und nach ihm suchen ich hoffe ich fühle sie das habe ich auch wo ist eigentlich allerdings in richtung stadt gelaufen aber hinterher aber sollte schon wieder zurück sein er kann doch nicht mit so was große abschiedsfeier verpassen ich werde ihn holen mit gleich wieder da obwohl auch mal Ja. so hat nicht weggeworfen das werden wir ewig hier stecken geblieben was mein zufall schloss das kristallei ist das schloss sora what is it i think it's time for us to go will you be back we will i promise ok lampen amulett rufen mit dem für zwei gefährden was manu genia ist gut ich habe jetzt kann man rufen wieder weiter werden ich glaube dann können wir auch die form wieder weiter irgendwie so was jetzt dürfte eigentlich noch ein ja ich komme zu an solchen orten mal hin Vielleicht ist es nicht gut genug. Meine Gedanken genau. Wenn du ein Traum hast, nicht warten. Echt. Eine der kleinen Rügel des Lebens. Du hast es memoriert? Wer bist du? Axel. Ich bin ein Freund von Soras. Warum gehen wir ihn nicht? Sorra? Oh nein. Du und ich missen jemanden, den wir interessieren. Hey. Ich fühle mich, wir sind schon Freunde. Ich habe die Bewegung von ihm. Du bist nicht sehr freundlich. Wie? Wie? Wie ist dieses Ort? oh man gut zu wissen noch bei katzins nein oder ob gar keine doch davon eine dachung schon zu wissen gehen wir hier ein sonnenlicht engel wie schafft man noch in dem hat noch drei minuten bringen wir neuen tons anleitet heute erst mal genug hat aufgenommen fünf paus das reicht auch hier aber wieder eine megaman musik level strecke waren was auch immer weg fahrt aber jetzt viele synonyme für weg eine hoffnung nichts in machen das gebabel weiter gibt gummi so ein paar ist hier platte und wie immer gummi schätzliche geräusch dieses aber da ist ein explodierungs ding aber sehr gut weniger spacken wir ein bisschen zu sehr ab aber irgendwie kriege ich ja voll viel medaillen gut so da kommt so einer und da kommt so einer stuett papa medaillen der gleiche krieg möglicherweise ist es auch nicht so schwer 20 habe ich schon einmal nicht so laser schieße ist ich muss auch nicht die ganze zeit getroffen werden leute ich habe mich eigentlich 30 kriege aber es kann knapp werden es könnte sehr knapp werden ja sehr knapp werden aber weil hat hier so viel um 20 nicht schlecht wer über die halbe können einfach nur darauf haulen hau gott kaputt man haha ich hab's erreicht der 30 minute weil ich für euch da war für mich heimann lacht falken alle sieben falken der lach und thema gummi bruch sehr gut 30 sogar erreicht ich krieg die krise ich sehe durch wird dann wie sagen aber das was für heute fünf falls aufgenommen ich bin zufrieden hat heißt kann die ganze woche hochladen außer das kommt aber dazwischen der letzte zeit oft ist der fall ist so dann bedanke mich alle an sich für zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten fall